Es gibt einige super spannende News, über die wir heute im Cryptospace unbedingt sprechen sollten und die tatsächlich eben auch wegbereitend für die Zukunft sein werden. CDFI hat nun ebenfalls angefangen, sich im Staking-Umfeld zu platzieren. Was das bedeutet und wie das Ganze funktioniert, findest du am Ende des Videos heraus. Und damit ein herzliches Hallo, ich hoffe du bist wunderbar an diesen Tag gestartet. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. Wir starten direkt mit dem allerersten und wahrscheinlich auch dem wichtigsten Thema ein. Und zwar geht es darum, dass die UK gestern angekündigt hat, dass sie in Zukunft Stablecoins zu einer anerkannten Zahlungsmethode machen wollen. Und das werden sie eben auch entsprechend umsetzen. Außerdem lockern sie Krypto-Gesetze und sie veröffentlichen auch ein eigenes NFT. All diese drei Themen und Headlines sind ja schon unglaublich. Doch wir gucken uns jetzt einmal an, worum es dabei eigentlich geht. Wir haben bereits in der Vergangenheit mitbekommen, dass sich UK mit dem Thema Stablecoins auseinandersetzt. Und natürlich auch mit dem Thema CBDCs. Nun hat UK angekündigt, nicht nur die Krypto-Vorschriften zu lockern, sondern auch Stablecoins zu einer anerkannten Zahlungsmethode zu machen. Dazu hat sich dann nämlich auch der Kanzler quasi Rishi Sunak geäußert, der eben plant, Großbritannien zu einem globalen Zentrum für Krypto-Asset-Technologien und Investitionen zu machen. Das ist etwas, was unglaublich erscheint, denn wir haben in der Vergangenheit erst erlebt oder nur erlebt, dass sich El Salvador wirklich dazu bekannt hat und dass es eben einige andere Länder gab, die sich dazu grundsätzlich geäußert haben, sich mit dem Thema beschäftigen zu wollen. Aber dass es eben doch in gewisser Weise in Europa eben stattfindet, ist eben etwas komplett Neues. Außerdem ist es so, dass das Unternehmen Royal Mint, also die Organisation, die eigentlich für neue Coins und so weiter eben in Großbritannien verantwortlich ist, außerdem ihren eigenen Non-Fungible Token herausbringen möchte, also NFTs. Auch das ist etwas, was absolut unglaublich klingt, denn wir haben nicht nur die Möglichkeit in Zukunft, Stablecoins als Zahlungsmethode in UK zu verwenden, sondern es soll auch NFTs geben. Man merkt also ganz klar, dass sich die Regierung mit dem Thema aktiv beschäftigt hat und merkt, welche unglaublichen Möglichkeiten damit tatsächlich verbunden sind. Für die meisten ist das Thema NFT eben nur damit verbunden, schnelles Geld zu verdienen, aber UK sieht hier ganz andere Möglichkeiten, denn so kann ich natürlich Blockchain-basiert deutlich mehr zertifizieren und so weiter und das eben unveränderlich machen. Das ist natürlich auf vielen verschiedenen Ebenen wirklich zukunftsorientiert. Ich bin also sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Das, was der gute Rishi Sunak hier noch gesagt hatte, war, mein Ziel ist es, Großbritannien zu einem globalen Zentrum für Crypto-Asset-Technologien zu machen und die Maßnahmen, die wir heute skizziert haben, werden dazu beitragen, dass Unternehmen in diesem Land investieren, innovativ sein werden und expandieren können. Also es geht ganz klar darum, sich auf der Weltbühne hier eben frühzeitig zu platzieren und eben Crypto näher an sich heranzulassen, als es die meisten anderen konservativen Länder so tun. Und ich bin extrem hyped und pumpt, wie dann die Umsetzung letztendlich aussehen wird, denn solche Vorstöße, vor allem in Europa, brauchen wir unbedingt, um eben auch der eigenen Regierung zu zeigen, wie viel Potenzial eigentlich in dem ganzen Thema steckt. Kommen wir von diesem einen super positiven Thema, was eben die Massenadoption vorantreiben wird, zu einem eher unschönen Thema und zwar ist es so, dass es nun eine Art Phishing-Angriff gibt über Mailchimp. Und zwar geht es dabei um Tresordaten und zwar ist es quasi so, dass es nun sein kann, dass du nun eben auch Mails bekommst, das heißt also Phishing-Mails, wo du dann zum Beispiel dein Private Seed oder allgemein dein Seed einfach eintragen sollst. Und so könnte sich natürlich ein Angreifer ohne Probleme dann Zugang zu deinem entsprechenden Wallet eben organisieren. Ich bin also extrem negativ gestimmt, was das angeht, heißt also nichts anderes, als dass 319 Client-Accounts bei Mailchimp gerade gehackt worden sind, ohne dass das Thema oder ohne dass die Konten natürlich authentifiziert waren, diesen Zugriff zu erlangen. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass man diese Listen, die quasi dort drin lagen, also letztendlich ist Mailchimp ja nichts anderes als eine Art Newsletter-Provider, dass sie eben auch diese Mail-Listen gestohlen haben. 102, das ist gerade die Zahl, die beziffert wird. Und so wird natürlich in wirklich extrem großer Manie hier also nun extrem viel Spam rausgeknallt und in diesen Spam-Nachrichten ist es eben aktuell so, dass dort davon gesprochen wird, dass dein Tresor-Wallet gerade nicht geschüttelt sei und dass du es unbedingt nun ja quasi ändern solltest. Deswegen solltest du laut der E-Mail jedenfalls dein Seed eingeben, damit dein Konto wieder gesichert ist oder damit dein Code-Storage oder Wallet und allgemein dein Wallet wieder sicher ist. Aber das Ganze solltest du natürlich nicht tun, wenn du ähnliche E-Mails bekommst, egal ob nun von vermeintlich Tresor oder von anderen Wallet-Anbietern, dann löscht diese unbedingt sofort. Du bekommst niemals von irgendeinem Provider irgendeine E-Mail, deswegen achte bitte darauf, dass du hier nicht drauf reinfällst und aus Versehen deine ganzen privaten Daten dort angibst oder beziehungsweise deinen Private Key oder deinen Seed, um also quasi eine Wallet wieder herzustellen. Das wäre alles andere als richtig und du würdest maximal viel Kapital verlieren. Deswegen achte bitte unbedingt auf dich und sollten das andere noch nicht wissen, dann teil diese Information unbedingt auch mit deinen Freunden, die im Cryptospace unterwegs sind. Wir sehen außerdem einen sehr, sehr positiven weiteren Vorstoß und zwar geht es darum, dass Lightning Labs nun 70 Millionen US-Dollar zusammenbekommen hat, um Stablecoins im Bitcoin-Kontext nun tatsächlich umsetzen zu können. Dabei geht es um das ganze Thema Taro und Lightning Labs beschreibt Taro selber als Asset-Overlay-Netzwerk auf Bitcoin. Die Sicherheit von Taro basiert auf eingebetteten Konsens, was bedeutet, dass Transaktionen auf Taro Bitcoin Daten erhalten oder enthalten, die in der Bitcoin-Blockchain verifiziert werden müssen. Es gibt zusätzliche Regeln für diese Daten, wie sie im Taro-Protokoll definiert sind, ähnlich wie es eben in anderen Overlay-Netzwerken eben auch existieren, wie zum Beispiel in einem Bitcoin-Smart-Contract-Overlay. Denn auch hier gibt es natürlich eigene Regeln, wenn es um die Übertragung von Bitcoin-Beständen geht. Und diese Regeln sind natürlich extrem wichtig, um eben so ein Produkt überhaupt umsetzen zu können. Und das Wichtigste an dem ganzen Thema ist, dass Lightning Labs die technischen Spezifikationen für Taro als Bitcoin-Improvement-Proposal veröffentlicht hat, damit das Protokoll mit dem Feedback der breiten Entwicklergemeinschaft erstellt werden kann. Also man achtet eben auch darauf, externe Entwickler in gewisser Weise aus der Community oder beziehungsweise aus dem Bitcoin-Umfeld hiermit einzubeziehen, um überhaupt ein wirklich funktionierendes Protokoll aufzubauen oder beziehungsweise Overlay-Netzwerk. Und ich bin sehr gespannt, wie das tatsächlich laufen wird. Sie haben nun in einer Finanzierungsrunde B 70 Millionen Dollar geraced. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv und zeigt natürlich auch das Vertrauen verschiedener Krypto-Unternehmen, die daran glauben, dass das Ganze funktionieren wird. Und ich bin sehr gespannt, wie hier die Entwicklung aussieht. Denn eben auch Unternehmen wie Blockstream oder auch Blockchain.com haben sich an dem ganzen Thema hier beteiligt. Und das zeigt natürlich, dass das kleine Unternehmen Lightning Labs mit 24 Mitarbeitern wirklich hier auch die richtige Idee hat, um also Bitcoin nach vorne zu bringen. Und die Grundidee ist, wie gesagt, hier Stablecoins dann auf Bitcoin quasi in Zukunft zu launchen. Wir sehen außerdem, dass sich der gute Logan Paul außerdem mit dem Thema Krypto und NFTs und so weiter ja sowieso beschäftigt. Und er hat nun einen eigenen Marktplatz herausgebracht. Das Ganze nennt sich Liquid Marketplace. Und dort kann man in Zukunft jedenfalls verschiedene, sehr, sehr seltene Karten und so weiter sich organisieren. Das Ganze ist dann eben als eine Art Exchange aufgebaut. Sehr spannend, dass Logan Paul auch in diesem Umfeld hier mit agiert und sich eben mit dem Thema beschäftigt. Aber man nimmt natürlich hier auch wieder die großen Vorteile und kann nicht nur auf der einen Seite Karten evaluieren lassen, sondern eben auch diese tokenisieren. Das ist natürlich wichtig, um eben auch nachzuweisen, dass man wirklich der Besitzer einer Karte ist und das ohne, dass man irgendwelche Papierzertifikate und so weiter ausfüllen muss. Und dann kann man diese Karten zum Beispiel oder andere Wertgegenstände auf dem Marktplatz eben handeln. Man kann also halten von Logan Paul, was man möchte, aber er ist zukunftsorientiert unterwegs und sieht immer mal wieder neue Geschäftsfelder, die in dieser Art und Weise noch nicht existieren. Von daher bin ich sehr gespannt, ob das Thema hier wirklich angenommen wird. Was denkst du über die letzten News, über die wir gerade gesprochen haben? Was hat dich am meisten verblüfft? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Du weißt ja, dass ich ein großer Freund von Cedify bin. Auf Cedify kannst du nämlich an verschiedenen Gaming Allocations teilnehmen. Da geht es meistens um Spiele, die im Metaverse oder auch im NFT-Sektor unterwegs sind. Dort kannst du also relativ einfach partizipieren. Es gibt gefühlt jede Woche neue Projekte, die gelauncht werden, über die ich in der Vergangenheit auch schon berichtet habe. Nun hat Cedify sich aber etwas Neues einfallen lassen und zwar kannst du nun eben auch am Staking teilnehmen. Wie das Ganze funktioniert, das ist in dem Medium-Artikel einmal aufgeschlüsselt. Das heißt also, ab dem 8. April kannst du täglich durch einen Snapshot am Staking und an Farming-Pools partizipieren und so eben nicht nur Seed-Staking-Points dir dazu verdienen, sondern eben auch Rewards bekommen. Wie hoch die APY und so weiter ist, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Dafür brauchen wir dann den 8. April, um darauf wirklich Rückschlüsse zu ziehen. Die Seite ist soweit schon online und es ist dann möglich für dich, über 7 bis 180 Tage deine S-Fund-Token hier also zu staken und so natürlich noch mal einfacher an IGOs heranzukommen. Aber alternativ gibt es eben auch Farms, an denen du teilnehmen kannst, die ebenfalls in diesem Atemzug gelauncht werden. Hier benötigen wir aber noch weitere Informationen, die dann in den nächsten Tagen herausgebracht werden. Du kannst aber erst einmal den 8. April merken, um dann eben auf der CD-File-Seite im Staking-Bereich dich mal umzugucken, solltest du S-Fund-Bestände halten. Das Ganze ist natürlich auch wieder kombiniert mit der eigenen Roadmap, die sie aufgebaut haben. Auch das ist in Form ihres Medium-Artikels hier sichtbar und abrufbar. Es ist also nicht nur so, dass wir Airdrops sehen werden, sondern dass man sich eben auch mit anderen Themen beschäftigen möchte. Es gibt zum Beispiel auch Private Minta Allocations, also das heißt NFT-Launchs in der Zukunft. Außerdem wird es so sein, dass man, wenn man am Staking teilnimmt, eben auch kostenlose Token bekommt. Darüber haben wir gerade gesprochen. Dadurch ist es natürlich so, dass in dem Fall also CD-File die S-Fund-Token dazu nimmt, durch die hohe APY, um eben auch Auto-Buyback-Mechanismen eben mit einzubauen und diese eben auch zu nutzen, um das Thema hier weiter aufzubauen und sich eben selber besser zu platzieren. Ich bin also sehr gespannt, wie sich tatsächlich CD-File im Laufe dieses Jahres platzieren wird, denn sie arbeiten zum Beispiel auch an einem CD-File-Meta-Studio und an einem Metaverse-Laboratory. Also sie wollen selber hier eben auch in diesem Umfeld größer und aktiver werden. Und da sprechen wir nur von den nächsten Quartalen. Auf der anderen Seite wird es natürlich noch weitere Expansionen geben. Man möchte natürlich S-Fund hier auch nochmal in die breite Öffentlichkeit kippen und ich bin extrem hyped, wie sich CD-File so entwickeln wird, denn sie haben bereits in der Vergangenheit unglaublich interessante Gaming-Produkte auf den Markt gebracht. Man konnte frühzeitig eben auch an einem Projekt partizipieren. Klar ist es eben auch risikoreich, an solchen Games quasi early mitzuinvestieren, aber es kann eben auch ab und zu mal ein wirklich goldenes Projekt dabei sein und sie wollen eben auch eine neue grafische Oberfläche für die NFT-Launchpads hier eben rausbringen. CD-File ist also wirklich eine eierlegende Wollmichsau, wenn es um diesen Bereich geht. Deswegen könnt ihr gerne CD-File auch auf Twitter einmal folgen. Mittlerweile gibt es hier über 660.000 Follower und eben auch große Accounts wie KuCoin, die der Seite hier folgen. Ich denke, hier können wir in Zukunft sehr, sehr gespannt sein und uns noch weitere sehr spannende Informationen eben reinziehen und hier gibt es sicherlich noch einige sehr spannende Investitionsmöglichkeiten, die über CD-File noch gelauncht werden. Gut, ich hoffe, dir hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen. bis zum nächsten Mal.